Durch die Corona-Pandemie habe ich gelernt, dass man ein Gesundheitssystem nicht auf Kante nähen kann, dass man auch für Krisenzeiten doch starke Strukturen braucht. Ich bereue heute, dass wir die Altenheime so stark isoliert haben, wie wir es am Anfang der Pandemie getan haben. Ich lag richtig mit meiner Entscheidung, dass wir neben den Impfzentren relativ schnell auch im Regelsystem geimpft haben. Erinnern Sie sich noch, wann Sie das erste Mal von Corona überhaupt gehört haben? Da weiß ich das Datum nicht mehr. Wir hatten ja erst einmal auch Corona in anderen europäischen Ländern. Ich weiß aber noch ganz genau, wann wir den ersten Fall in Nordrhein-Westfalen hatten. Ich weiß noch, dass ich auf einer großen Veranstaltung in Bielefeld war, wo dann abends das Lagezentrum mich anrief und sagte, wir haben den ersten Corona-Fall in Nordrhein-Westfalen. Wann haben Sie verstanden, was da auf Sie vielleicht auch persönlich zurollt? Ja gut, also ich glaube, man hat es relativ schnell verstanden. Denn wir hatten ja nun auch furchtbare Bilder aus Italien, ganz am Anfang der Welle. Wir hatten eine Situation schon nach wenigen Wochen, dass wir feststellen, dass unser Gesundheitssystem auch was die Ausstattung mit Schutzbekleidung zum Beispiel angeht, sehr schlecht ausgestattet waren. Sie wissen ja, dass wir die ersten Zeit das sehr stark im Kreis Heinsberg hatten. Und dann wurde mir sehr schnell klar, dass wir in ein sehr, sehr großes Beschaffungsproblem kommen, was die Ausstattung jetzt erst einmal mit primitivsten Hilfsmitteln angeht, wie Schutzkittel, wie Desinfektionsmittel, wie Masken. Und man darf ja immer eins nicht vergessen, wir wussten damals über das Virus nicht so viel wie heute. Und vor allen Dingen, wir waren natürlich ganz weit von einer Immunisierung der Bevölkerung weg. Das heißt, wir hatten ja auch noch keinen Impfstoff. Jetzt wurden die grundlegenden Entscheidungen über die Maßnahmen immer auf den Ministerpräsidentenkonferenzen getroffen. Wie sehr waren Sie da mit im Boot? Ja, das war schon so, dass zwischen der Staatskanzlei und dem Gesundheitsministerium die Positionen von Nordrhein-Westfalen auch sehr eng abgestimmt waren, sodass ich mich da immer sehr gut eingebunden gefühlt habe. Aber wie lief das? Haben Sie dann im Ministerium Fernseher alle angemacht und geguckt? Also wir haben natürlich schon dann auch die Pressekonferenzen verfolgt, egal wo man war. Jetzt ist es so, die Beschlüsse kamen und die Corona-Schutzverordnung, die dann in Kraft getreten ist, kam ja erst, also ist erst wenige Tage, nur wenige Tage später auf den Kraft getreten. Wie hat man das überhaupt geschafft? Wir hatten eine relativ starke Truppe an guten Mitarbeitern, auch an sehr guten Juristen, die sich dann an diese Corona-Schutzverordnung gesetzt haben. Wir haben im Übrigen viele Corona-Schutzverordnungen dann ja auch immer zum Beispiel im Einzelhandelsverband und ähnliche Dinge, Institutionen erläutert. Also es ist ja unterm Strich, was das angeht, finde ich, gut gelaufen. Das Einzige, was bleibt, ist, dass sie manchmal sehr spät fertig wurden und dann veröffentlicht wurden, wo sie außerdem quasi schon wenige Stunden später oder einen Tag später in Kraft traten. Und das war natürlich dann auch wieder für viele andere Behörden eine große Herausforderung. Mussten Sie dann auch zurückrudern oder nochmal umformulieren, weil, ich sage mal, FDP-geführte Ministerien da gerne ein bisschen locker... Also das will ich hier an dieser Stelle mal sagen. Es hat eigentlich während der harten Corona-Zeit in der Beurteilung, wie unsere Corona-Schutzverordnungen aussahen, zwischen uns und der FDP in der Koalition keine Dissenze gegeben. Aber Sie haben immer auf relativ strenge Maßnahmen gedrängt, um eben Infektionen zu verhindern, gerade auch bei den Altenheimen, bei den Pflegeheimen. Wie stark war der Widerstand denn da teilweise trotzdem? Also ich habe das so in Erinnerung. Also erst einmal muss man ja sehen, aus Sicht des Gesundheitsministers war ja die wichtigste Frage, steuer bitte die Infektion, soweit man das überhaupt in einer Pandemie steuern kann, so, dass wir nicht zu einer totalen Überlastung des Gesundheitssystems kommen. Denn unser Anspruch musste ja schon sein, dass wir für die Menschen, die das Krankenhaus brauchen, egal ob sie jetzt wegen Corona das Krankenhaus brauchen oder wegen einer anderen Erkrankung ein Krankenhaus brauchen, dass wir auch in der Leere waren, die Menschen zu behandeln. Und da war ja am Anfang vor allen Dingen das Nadelöhr, die Intensivstationen, vor allen Dingen auch die Beatmungsplätze. Man muss ja mal zugeben, dass wir zum damaligen Zeitpunkt, weil wir die Informationssysteme gar nicht hatten, auch gar nicht genau sagen können, wie viele Beatmungsmöglichkeiten gibt es in Nordrhein-Westfalen. Wir haben dann ja auch zusammen mit dem Bund relativ viel Geld eingesetzt, um mehr Beatmungsplätze auch in den Einrichtungen, also in unseren Krankenhäusern zu schaffen. Also das war eigentlich immer, sage ich ganz offen, meine größte Sorge. Hast du für jeden, der zum Beispiel eine intensivmedizinische Versorgung in unserem Krankenhaus bereit, hast du für den ein Bett? Und Sie wissen ja, dass das in manchen Ländern nicht der Fall war. Wir haben in Nordrhein-Westfalen zu allen Zeiten der Pandemie alle Leute versorgen können. Wir hatten ja sogar noch dann auch die Kapazitäten teilweise gehabt, um Menschen aus den Niederlanden oder auch aus anderen Bundesländern in Nordrhein-Westfalen zu versorgen. Und das ist ja, finde ich, in der Steuern einer solchen Pandemie auch jetzt im Nachhinein der wichtigste Punkt. Was haben Sie denn dann gedacht, wenn es mal wirklich auch in NRW zumindest knapp wurde und die... Ja, da habe ich schon schlaflose Nächte gehabt. Das können Sie mir glauben. Es ist gut gegangen. Wir haben es hingekriegt. Wir haben es dann ja auch hingekriegt, dass wir ein Verlegungssystem über ganz Nordrhein-Westfalen geschaffen haben. Aber das war der entscheidende Punkt. Sorge bitte dafür, dass wir keine Überlastung des Systems bekommen. Jetzt stellen sich in den vergangenen Tagen einige hin und sagen, wir haben es immer gewusst, die Maßnahmen waren viel zu hart. Schulen hätten nicht geschlossen werden müssen. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich sage mal so, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Und es ist so, dass man immer, finde ich, Entscheidungen auch verantworten muss aus dem, was man zu der Zeit gewusst hat. So, jetzt wussten wir schon ganz am Anfang der Pandemie, wenn das Virus in einem Altenheim ist, sterben Menschen. Und deswegen war völlig klar, dass man Menschen mit Vorerkrankungen besonders stark schützen muss. Und zu dem damaligen Zeitpunkt der Pandemie ging es eben, glaube ich, wirklich nicht anders, wie es auch mit einer konsequenten Isolierung zu machen. Immerhin muss man sagen, die schlimmsten Isolierungsmaßnahmen haben wir gehabt, wo selbst Schutzbekleidung noch knapp war, der Impfstoff weit weg war. Und im Nachhinein würde ich sagen, von allen Maßnahmen, die wir in Kunderschutzverordnungen reingeschrieben haben, ist die, dass wir sehr, sehr restriktiv in der Isolierung der Altenheime gewesen sind. Was ja auch für einige Menschen bedeutet hat, dass sie so isoliert waren, dass auch dann, wenn ein Menschenleben zu Ende geht, bestimmte Leute sie nicht besuchen konnten. Ich würde mal sagen, im Nachhinein war das wahrscheinlich die falsche Entscheidung. Denn man hätte in diesen Situationen, glaube ich, schon auch mit dem Wissen von heute andere Besuchsregelungen ermöglichen können. Und das sind ja auch Sachen, die kann man ja nicht wiedergutmachen. Damit muss man umgehen. Aber es war ja nicht nur in Nordrhein-Westfalen so, dass wir diesen Kurs so gefahren haben. Der war ja in allen Bundesländern, sogar auch in vielen europäischen Ländern gleich. Aber das ist eigentlich das, was bei mir so in der Seele, im Herzen bleibt, wo ich sage, na, das sind Sachen, die kannst du nicht wiedergutmachen. Und damit muss man umgehen. Aber ich glaube, dass man die Entscheidung auch wirklich nur verstehen kann, wenn man sich einfach nochmal in die Zeit zurückverdenkt, wo wir diese Entscheidung getroffen haben. Während der Pandemie hatte die Wissenschaft ja maßgeblichen Einfluss auf die Politik. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, vielleicht auch das Kommando zum Teil übernommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Pflegeheime und diese Regel schauen, war das in Teilen auch zu viel im Nachhinein? Ja, was soll man machen? Also ich meine, wenn man irgendwie als Politiker Entscheidungen trifft, dass man sich dann auch Ratschläge einholt, ist doch vollkommen klar. Das geht ja gar nicht anders. Die Fachkompetenz ist ja nun nicht alleine im Ministerium, sondern es gibt ja auch sehr viel Fachkompetenz außerhalb von Ministerien. Natürlich in der Wissenschaft, natürlich zum Beispiel in Universitätskliniken. Und dass wir uns mit diesen Menschen zusammengesetzt haben und uns beraten lassen haben, finde ich ja eher eine vernünftige Politik, auch eine verantwortbare Politik, als das alles zu ignorieren. Wie war das für Sie? Wie haben Sie diesen Dauerdruck wahrgenommen? Ja, es war einfach so, du kamst ja, also ich will es mal so sagen, es waren einfach einige Monate, wo du gedanklich aus dem Thema eigentlich gar nicht rauskommst. Also ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, dann ist das so, dass man da irgendwie mit fertig wird. Und auch mit fertig werden muss. Das ist einfach ein Lebensabschnitt, wo man, außer das, was ich mit dem Thema beschäftigt habe, mit kein anderes Thema beschäftigt hat. Welche Entscheidung war die, wenn Sie sich an eine erinnern, die bis heute die schwierigste war? Ja, das habe ich eben schon mal gesagt. Ich glaube, die Isolation in den Anheimen war die schwierigste. Die zweitschwierigste war, glaube ich, die, dass wir dann in Nordrhein-Westfalen auch dazu übergegangen sind, eine gewisse Zeit auch so weit die Kinderspielplätze zu schließen. Da war es im Übrigen so, dass ich das nicht wollte, weil mir klar war, du kannst in den Städten, vor allen Dingen da, wo die Menschen in die Etagenwohnungen leben und so und dann Kinder und dann keine Schule, kein Kindergarten, das nicht machen. Aber da war dann auch nach zwei, drei Tagen eine Medienlage, die so auf mich reinprasselte, wie kannst du das doch so lassen, dass es auch in der öffentlichen Meinung nicht durchhaltbar war. Inwiefern waren Sie da auch getrieben in Teilen dann? Natürlich ist man auch immer durch das ganze Umfeld getrieben. Aber ich halte jetzt überhaupt nichts davon, jetzt bestimmte Verantwortung in bestimmte Richtungen zu schreiben. Das gehört einfach zur Politik dazu, dass man als handelnder Politiker in einer Krise natürlich auch unheimlich stark im Fokus der Öffentlichkeit steht. Das ist ja klar. Das geht ja auch gar nicht anders. Man ist ja dann auch so ein bisschen das Gesicht des Staates in einer Pandemie. Wenn ich an die vielen Pressekonferenzen denke, die wir zu dem Thema gemacht haben, wenn ich an die vielen auch Auftritte im Fernsehen denke, die ja auch notwendig waren, um das staatliche Handeln auch vor ein großes Publikum abends zu vertreten, klar ist das eine Anspannung. Aber das gehört ja zum Kommunizieren von Politik immer dazu und ich glaube, in Krisenzeiten besonders dazu, dass es sehr darauf ankommt, dass man so kommuniziert, dass die Menschen auf der einen Seite sehen, die überlegen sich gut, was sie machen, dass sie Menschen auf der anderen Seite auch sehen, da ist einer, der das auch nach bestem Wissen und Gewissen macht und vielleicht auch eine Sprache hat, die auch weite Bevölkerungsteile verstehen. Und ich glaube, dass ein ganz großer Vorteil war, dass mir damals nicht wichtig war, eine Idee anzukündigen, sondern ich habe immer darauf geachtet, dass wir immer erst dann was ankündigen, wenn wir es auch haben. Und das ist ja gerade, glaube ich, in einer Krise wichtig. Also wenn man die Idee hat, zum Beispiel flächendeckige Volkstestungen einzuführen, dann ist es nicht gut zu sagen, wir testen jetzt alle Leute, wer die Teststellen noch nicht hat. Ich glaube, dass wir wirklich immer aus dem, was wir damals wussten, die richtigen Schlüsse gezogen haben. Wir haben ja auch ganz wenig Sachen gemacht, den Nordrhein-Westfalen, die einfach bei uns anders waren wie woanders. Also da hat es einmal mal die Entscheidung gegeben, dass wir Möbelhäuser offen gehalten haben, wo sie in anderen Bundesländern zu waren. Gut, dann hatten andere Bundesländer entschieden, Autohäuser offen zu halten. Ich habe mal eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, das war im Frühjahr, ich mache jetzt nicht die Geschäfte zu, wo man Sämereien für den Garten kaufen kann, wo man Pflanzkartoffeln kaufen kann. Ich weiß noch ganz genau, dass ich Laschet gesagt habe, lieber Ministerpräsident, Pflanzkartoffeln kann man nicht im Juni kaufen, die muss man jetzt kaufen. Also können wir nicht jetzt hingehen und sagen, du kannst nirgendwo diese Produkte für den Anbau im Garten kaufen. Da haben wir mal eine Entscheidung für uns getroffen. Aber ansonsten, wenn Sie mal die Corona-Schutz-Verordnung vom Bundesland zum Bundesland nebeneinander legen, waren Sie in der Regel während der gesamten Pandemie im Bereich von weit über 90 Prozent identisch. Was hat die Zeit mit Ihnen gemacht? Ja, ich glaube, darüber denke ich eigentlich gar nicht so viel nach. Man war da gefordert, man hat es gemacht. Unter den Strich jetzt, wo es hoffentlich vorbei ist, und ich bin ziemlich sicher, dass es vorbei ist, bin ich auch ein bisschen zufrieden, wie wir das in Nordrhein-Westfalen hingekriegt haben. Und darauf kommt es ja, finde ich, am Ende an. Hatten Sie irgendwann das Gefühl, ich schmeiße jetzt hier hin, oder war es immer noch ein Traumjob? Nein, das war natürlich kein Traumjob. Aber ich glaube, wenn ein Politiker, muss eben auch so sein, in der Krise muss man halt stehen. Also ich sage Ihnen mal ganz offen, ich habe mir während der Corona-Zeit die sozialen Medien nicht so besonders angeguckt. Also dann wäre es ja ganz verrückt geworden. Sondern ich glaube, dass man manche Dinge dann einfach auch mal ignorieren muss. Wie haben Sie das denn empfunden, dass es ja auch beim Impfen dann doch auch zum Teil radikalen Widerstand gab? Und was glauben Sie, hat das nachhaltig gemacht? Ach, ich glaube, ich habe mich immer bemüht, dass man aufklärt. Ich habe dann ja auch teilweise an Kundgebungen gegen die Corona-Leugner, wenn ich es mal so sagen darf, teilgenommen und da gesprochen. Aber ich habe mich immer bemüht, die Spaltung nicht größer zu machen, wie sie schon ohnehin war. Weil der Spaltung bringt ja gar nichts. Was mich viel mehr beschäftigt hat, war, wenn Leute mir geschrieben haben, eine Mail geschickt haben oder da ich ja auch im Telefonbuch stehe, ja auch mal Leute bei mir angerufen haben, die einfach verzweifelt waren, dass sie zum Beispiel noch nicht geimpft sind. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo ältere Leute anriefen, dass sie irgendwie, da waren dann wie so kleine Familiensachen möglich, ich glaube, eine ganz wichtige Hochzeit von Enkelkindern oder so im kleinen Rahmen und sie könnten da nicht hin, weil sie nicht geimpft sind und so. Also das hat mich eigentlich viel mehr geärrt, wenn einfach ganz normale Leute sagen, ich komme mit diesem System nicht klar, ich komme jetzt nicht an den Impfstoff, obwohl ich den unbedingt brauche oder auch, weil ich eine Vorerkrankung habe. Das hat mich mehr beschäftigt, wie diese Dinge, dass da Menschen meinen, sie müssen einfach alles ignorieren. Was war die beste Entscheidung, die Sie getroffen haben? Also ich glaube, die beste Entscheidung war, dass wir relativ schnell auch in Nordrhein-Westfalen das Impfen ins Regelsystem gebracht haben. Denn wo wir dann auch Schritt für Schritt fürs Regelsystem mehr Impfstoff hatten, desto besser wurde es ja auch in der Versorgung der Bevölkerung. Und ich will noch mal einen Satz sagen, die Kombination aus Impfzetteln und Regelsystem, die war auch deswegen richtig, weil darüber habe ich vorher auch nie nachgedacht, dass es ziemlich viele Leute gibt, die keinen Hausarzt haben. Und ich sage mal, wo der Impfstoff knapp war, wenn man nicht einen Hausarzt hatte, und der stellte sich vor, es hätte keine Impfzentren gegeben, wie hätte man denn die Probleme lösen wollen? Also ich glaube, dass die Kombination aus Impfzentren und Regelsystem in weiten Teilen der Corona-Phase, was die Impfkampagne angeht, die richtigste Entscheidung war. Und mir war von allem, was ich darüber wusste und auch bis heute weiß, klar, du kriegst Corona ohne Impfen nicht in den Griff.